Du willst deinen eigenen Look? Dann bist du genau richtig bei uns. Dein individuelles Outfit macht total Spaß, weil wir können Hemd, Sakko oder Anzug gemeinsam kreieren. Statt der Krawatte machen wir eine lässige Fliege. Das sieht ein bisschen verrückter aus. Und dann kommt das Lächeln und das ist schon ein cooles Aha-Erlebnis. Wir suchen aus mehreren hundert Stoffen einen wunderbaren Stoff aus, die alle aus Italien sind. Also alles in Europa gefertigt. Legen die schönen Knöpfe dazu, die Futtervarianten, ob Fancy-Futter oder Klassik-Futter. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir haben Stoffe aus Kaschmir oder Wolle, Seide oder reine Wolle oder auch Baumwolle oder auch breiter Kord. Ziemlich cool. Machen das passende Hemd dazu, Schuhe angepasst und natürlich farbige Socken oder natürlich auch klassische Socken. Und das ist dann dein Outfit, den du kreierst mit Peppic. Klassisch, richtig, wie wir es früher gehabt haben, mit Lederschlaufe. Eine gestrickte Fliege, sehr viel Muster, sehr laut. Die Fliege in dem Fliederton. Alles, was du willst, können wir da umsetzen. Und dann fertigen wir das an und in circa zwei Wochen ist das fertig. Individualität bist du bei uns richtig. Denn wir können Individualität. Wir sind Persönlichkeiten mit Individualität. Komm zu uns rein. Mach einen Private Shopping Tag aus. Wir machen das richtig rund mit einem feinen Kaffee, einem Gin Tonic oder ein kleines Bierchen. Und du wirst dich wohlfühlen. Wir nehmen uns komplett Zeit nur für dich und basteln alles gemeinsam. Buch uns über WhatsApp oder über die Stulz App. Auch für jeden anderen Private Shopping Termin. Ich freue mich auf deine Nachricht.